Also nochmal an die Adresse von dem Kollegen Jarolim gerichtet. Walter Maischberger wurde 1999 aus der FPÖ ausgeschlossen und Finanzminister Grasser war ab dem Jahr 2002 ÖVP-Finanzminister. Also finden Sie nicht ständig irgendwelche Geschichten, wo Sie diese Leute mit der freiheitlichen Partei verquicken wollen. Das muss ich an der Stelle schon sagen. Ich höre heute lauter Wischi-Waschi-Reden seitens der Regierung. Der ÖVP fühlt sich von allem und jedem verfolgt. Die SPÖ duckt sich, tut so, als wäre sie hier nicht in diesem System mitgefangen. Und das müssen wir ja schon klipp und klar sagen. Dieses System, was sich in den letzten Jahrzehnten in Österreich etabliert hat, das ist ein rot-schwarzes System mit orangen Farbtupfern. Und das muss man an dieser Stelle klipp und klar sagen. Und weil ja auch seitens der SPÖ immer wieder gesagt wird, die Opposition bildet sich ein, die Regierung wollen den Untersuchungsausschuss abdrehen. Ja bitte, Frau Kollegin Schittenhelm, sie hat jetzt schnell den Saal verlassen. Wer hat denn das ganz offen gefordert und durch die Blume, Klubobmannkopf. Auch seitens der SPÖ hört man das immer wieder. Geweisen Sie das doch nicht ständig von sich. Weisen Sie das nicht von sich. Sie haben doch beide vitales Interesse, diesen Untersuchungsausschuss abzudrehen, weil es unangenehm wird. Und es gibt ja unzählige Beispiele. Und ich werde diese Beispiele jetzt nochmals auflisten, damit das vielleicht auch einmal in das Gemüt der SPÖ hier eindringt. Wir wissen von den über 100.000 Euro, die die ÖVP hier mitpartizipiert hat an der Geldverteilungsmaschine Telekom Austria mit Hochäcker. Wir wissen von der Runden 1 Million Euro, liebe Kolleginnen und Kollegen vom BZÖ, die Wahlkampfhilfe 2006 ausgemacht hat. Wir wissen, dass das Scheinrechnungen waren. Aber wenn Sie nichts mehr davon wissen wollen, das ist ein Faktum. Aber auch die SPÖ hat gehörig in diese Taschen dieses Systems Telekom und Hochäcker gegriffen. Zum einen einmal der Telekomsprecher. 100.000, wir haben das heute schon oftmals gehört. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Die Bundesgeschäftsführerin Laura Rudersch für ein Integrations- oder Jugendprojekt. 20.000 Euro. Wir wissen von den Aussagen Hochäckers, über Ali Rahimi die SPÖ Wien gesponsert zu haben, über den Verband der Wiener Arbeiterheime. Da möchte ich eigentlich jetzt gar nicht zu viel verlieren. Also wer in dieses Konstrukt einmal tiefer hineinblickt, der wird sich wahrscheinlich hier angewidert abwenden. Und, das wissen wir auch, der ehemalige Kommunikationschef aus den Reihen der Sozialdemokraten, Heinz Lederer. Kennen Sie den noch oder haben Sie den schon vergessen? Auch über eine Million Euro aus den Taschen Hochäckers und letztendlich der Telekom. Also Sie brauchen ja nichts so zu tun, als hätten Sie mit diesen Malversationen nichts zu tun. Und wenn wir uns das rot-schwarze Netzwerk im Lobbying in der Polizszene in Österreich näher anschauen, da finden sich interessanterweise auch ein paar grüne Namen. Lothar Lockel, Monika Langthaler. Haben Sie schon mal auf die Heimseite der Leading Advisors Group geblickt? Dort wird das dargestellt. Da steht, Ihr Lothar Lockel steht dort aufgelistet. Auch Ihre Monika Langthaler. Also tun Sie auch nicht so, wie wenn diese Herrschaften oder wie wenn die grüne Partei nichts mit Lobbying in Österreich am Hut hätte. Wolfgang Rosam, Dietmar Ecker. Wir haben das heute schon oftmals gehört. Ecker hatte mal eine Partnerschaft mit Peter Hochäcker. Von dem will die SPÖ heute sicherlich auch nichts mehr wissen. Weitere Beispiele. Karl Grammer, auch schon vergessen. Josef Kalliner. Vielleicht existiert diese Person auch nicht mehr in der Gedankenwelt der SPÖ. Er war immer ein ehemaliger Bundesrat und Bundesgeschäftsführer der SPÖ. Also das sind natürlich alles Fakten, die Sie nicht von sich weisen können. Und was gedenkt nun die Regierung gegen all diesen Wahnsinn zu tun? Null. Gar nichts. Das kann man hier feststellen. Ganz im Gegenteil, der Bundesparteiobmann der ÖVP, die sich möglicherweise unterhalb von 20 Prozent verabschieden will, bringt hier das amerikanische Parteienfinanzierungssystem ins Spiel. Der will doch glatt die österreichische Parteienlandschaft durch Privatiers, durch die Wirtschaft finanzieren lassen. Hier wird die FPÖ mit Sicherheit nicht mitspielen. Oder der Vorschlag von der Frau Bundesminister Karl, die letztendlich eine Entkriminalisierung von Korruption gefordert hat mit der Einführung eines Diversionsverfahrens und erst auf dem politischen Druck oder dem Wege des Drucks von dieser Hanebüchenen Forderung Abstand genommen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, es wurde vorher schon ausgeführt, wir können mit Fug und Recht behaupten, dass die Freiheitliche Partei mit 2002 in Knittelfeld beginnend einen Selbstreinigungsprozess durchgeführt hat, der sich dann letztendlich 2005 in der Obmannschaft von Heinz-Christian Strache manifestiert hat. Wir sind mit diesen ganzen dubiosen Leuten beinhart abgefahren und das können wir mit Fug und Recht behaupten. Wir fordern klare, transparente Parteienfinanzierungsgesetze, wir fordern Lobbyistengesetze und mehr Moral in der politischen Landschaft. Das haben sich die Menschen in diesem Land verdient und so stellt sich der Weg der Freiheitlichen Partei Österreichs dar. Copyright MDR 2021